Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Leuchtmasse, dem Uhren-Podcast mit Ralf, Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute geht es mal ein bisschen so um die Automatikuhr selber und was Automatikaufzugssysteme es gibt, wären kleine Geschichte und wo sie sich entwickelt hat und wo sie herkommen. Ach ja, also man nannte die Uhren, die Automatikuhren, die haben mit dazu geführt zum Durchbruch quasi auch der Uhren selber für die weite Bevölkerung. Am Anfang hatten wir keine Automatikuhren, das waren Handaufzugsuhren. Man erinnert sich vielleicht noch, als wir alle zur See gefahren sind im 17. Jahrhundert und man diese Marienchronometer hatte, dann also 18., 19. Jahrhundert, wo man halt also mechanische Uhren mit auf den Weg genommen hat in den großen Segelschiffen, um halt navigieren zu können. Die präzise Zeit zu wissen war wichtig, um halt festzustellen, wo auf der Karte, auf der Weltkarte man sich befindet. Und da musste man halt diese Uhren, diese Marienchronometeruhren, musste man natürlich aufziehen. Und das war ein wahnsinnig wichtiger Teil der Prozesse, die in so einem Segelschiff abgehen mussten, dass man halt regelmäßig diese Uhr aufgezogen hat. Denn wenn sie irgendwann angehalten hätte, hätte man die Zeit verloren. Das heißt, man wüsste nicht mehr genau, was ist die aktuell exakte Zeit. Und das war fürs Navigieren extrem wichtig. Ja, mit Automatikuhren natürlich jetzt nicht für Schiffskronometer, die gibt es natürlich jetzt immer noch. Allerdings werden die jetzt auch nicht unbedingt mit Aufzugs, also mechanisch betrieben, sondern die gibt es mit kleinen, sogar kleinen Atomuhren zum Teil, die man mitnehmen kann auf die Reise. Aber natürlich, es gibt ja auch GPS und andere Navigationshilfen. Aber es gibt noch Schiffskronometer, die gibt es auch heute noch. Die werden auch heute noch benutzt zum Teil zum Navigieren. Ja, aber auf jeden Fall, anderes Thema. Es geht ja um Automatikuhren und zwar Armbanduhren. Also, ja, Selbstaufzugsuhren, also mechanische Uhren, die sich selber aufziehen, während man sie am Handgelenk trägt. Das ist jetzt so die Definition. Und das geschieht natürlich durch die Bewegungen des Trägers. Das heißt, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und seine Hand so gut wie gar nicht bewegt, zieht man seine Uhr auch nicht wahnsinnig viel auf. Aber das ist halt so. Normalerweise ist das ja Gott sei Dank nicht mehr der Fall, dass wir uns ganz still nicht mehr bewegen, sondern halt auch genug bewegen, damit die Uhr am Handgelenk sich bewegt. Damit ein Rotor in den meisten Fällen sich bewegt, der dann die Uhr wiederum aufzieht. Wir gehen nochmal im Detail ins Detail, was es denn da für Aufzugssysteme gibt mit Rotoren oder auch mit Hammern und anderen Systemen. Aber fangen wir mal an mit der Geschichte. Also im 18. Jahrhundert hat Abraham Louis, nein, nicht Breguet, sondern Abraham Louis Perelé als Pionier ein Selbstaufzugssystem entwickelt. Und das war im Jahr 1777. Das war ein Gewicht quasi, der auf einem Hebelmechanismus schwingt und so also dann die Hauptfeder aufzieht. Das war so ein bisschen wie das von Omega entwickelte Bumper Case, also wo so ein Gewicht hin und her schwingt, also so ein Hammeraufzugssystem. Das unterscheidet sich natürlich relativ deutlich von dem, was wir heutzutage benutzen, unseren Rotor- oder Mikrorotorsystem. Und das Hammeraufzugssystem, oder wie gesagt, das Bumperaufzugssystem, das ist ein halbkreisförmiges Gewicht, das sich hin und her bewegt, anstelle sich komplett um eine Achse zu drehen. Und bei jeder Hin- und Herbewegung wird dann halt mit zwei Hebeln dann das Rad aufgezogen und damit halt die Hauptfeder aufgezogen. Also das heißt, wenn man dann, der hatte so einen Schwingungsgrad von 120 bis 180 Grad und dann stößt es gegen diese Stoßdämpfer, Stoßdämpfer, deswegen nennt man das auch Bumper, weil es da also entweder gegen eine Feder oder so einen kleinen Stoßdämpfer stößt das Gewicht und dann halt es in die andere Richtung sich wieder bewegt. Das heißt also, es schlackert hin und her quasi. Und diese Hin- und Herbewegung wird dazu benutzt, um die Feder der Uhr aufzuziehen. Das heißt, jedes Mal, wenn das Gewicht also quasi zurückprallt, wird Energie auf die Feder übertragen und so weiter. Und dieses Hammeraufzugssystem wurde in den 20er und 30er Jahren entwickelt und war eine der ersten erfolgreichen Methoden, um halt diese Aufzugssysteme in Armanduhren zu integrieren. Ach ja, es ist halt ein relativ simples System, relativ einfach zu konstruieren, auch damals halt mit den Werkzeugen und Maschinen, die man zur Herstellung da hatte. Das macht es halt recht interessant und es war recht robust. Also das heißt, einfach und robust ist ja nicht verkehrt. Es war allerdings nicht sonderlich effizient. Also es ist nicht so effizient wie ein Rotorsystem, denn das Energie, nur Energie aus dem Hin- und Herschwingen, diese Bewegungen nicht aus der kontinuierlichen Drehung zu bekommen, war halt nicht so effizient. Außerdem hatte das einen weiteren Nachteil und das war halt dieses Gefühl, das man beim Tragen hatte. Das war also dieses Hin- und Herstoßen innerhalb der Uhr. Das fanden einige Träger der Uhren ein bisschen unangenehm, ein bisschen störend. Und natürlich mussten diese Stoßdämpfer und Federn, die das Gewicht also haben zurückprallen lassen, mit der Zeit ausgetauscht werden, weil sie verschlissen sind, Verschleiß gezeigt haben und deswegen musste man das halt öfter warten. Das war also zwar simpel und einfach herzustellen, allerdings viele Nachteile dabei. Und dann hat man das Hammeraufzugssystem, also noch bis in die 50er Jahre hat man das eingesetzt und es ist ein sehr interessanter Teil der Uhrengeschichte und wie sich das halt alles entwickelt hat im Laufe der Jahre, ist aber jetzt natürlich abgelöst worden. Es gibt das nicht mehr so oft. Also ich weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die diese Uhren einsetzen. Ich glaube ja, es gibt ein oder zwei Uhren, die das noch benutzen, dieses quasi dieses Hammer-System. Ich weiß jetzt nicht, welche Uhrenmarke das ist. Ich weiß nicht, ob es Ölis Nadal, die so ein System auf den Markt gebracht haben als Neuigkeit. Aber weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich nur mal nachschauen. Das sage ich in der nächsten Folge dann. Ja, und dann hat man einen Rotor eingeführt, ein halbkreisförmiges Gewicht, das sich frei um seine Achse drehen kann und so die Feder aufziehen kann. Aber bevor ich auf das System eingehe, müssen wir noch auf das Peloton-Aufzugssystem von EWC eingehen. Das ist nämlich auch mit einem Rotor versehen, der sich auch in beide Richtungen drehen lassen kann. Der hat also so zwei Hebel und damit die Effizienz des Aufzugs erhöht. Und das wird auch heute noch zum Teil bei einigen EWC-Uhrwerken verwendet, das Peloton-System. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und dann haben wir dann, Seco hat irgendwann als Kugellager ein System eingeführt, was es auch vorher noch nicht gab, um die Reibung zu verringern, um dann halt den Rotor noch leichter schwingen zu lassen. Man ist sehr erstaunt, dass es zum Teil halt noch einige Uhren gibt, die auch heute noch hergestellt werden. Oder fast. Ja, okay, wahrscheinlich nicht mehr. Alle modernen Uhren haben jetzt mittlerweile Kugellagern. Also die Rotoren auf Kugellagern drehen sich auf Kugellagern. Naja, was sind doch diese praktischen Anwendungen? Das sind natürlich, dass man eine mechanische Uhr hat, auf die man keine Rücksicht nehmen muss, die man nicht selber aufziehen muss. Wenn man sie täglich trägt, braucht man sie nicht aufzuziehen, sie zieht sich selber durch die Energie, die auf den Rotor abgeleitet wird, selber auf quasi durch die Bewegung des Trägers. Robuste Rotorsysteme können 10, 15, 20, manchmal sogar 30 Jahre lang laufen. Ich würde das nicht unbedingt empfehlen, das ohne Service zu machen. Es sei denn, es ist irgendwie eine Seco 5 oder sonst irgendetwas, die gar nicht vom Preis her ist, wo es keinen Sinn macht, diese Uhr quasi in die Revision zu schicken, weil die Revision wahrscheinlich teurer ist als eine neue Uhr. Daher also die Uhr einfach weitertragen, bis sie dann irgendwann komplett den Geist aufgibt, ist wahrscheinlich besser. Naja, auf jeden Fall hat man diese verschiedenen Rotorsystemen gehabt. Seco hat dann einige sehr interessante Sachen entwickelt. Und zwar haben die das Magic Leather System, der magische Hebel. Und das ist ein System, das haben sie patentiert. Das führt dazu, ich glaube, das haben sie in 1959 schon entwickelt. Und das ist eine sehr einfache und effektive Methode, mit zwei so kleinen Hebelchen, die auf einem Zahnrad sich bewegen, in beide Richtungen die Feder aufzuziehen. Wenn man das in so einer abstrakten, in so einer kleinen Animation sieht, wie es funktioniert mit diesem Hebelmechanismus, dann sieht man, wie simpel das eigentlich ist, diese zwei kleinen Dinger, die auf einem Zahnrädchen sich hin und her bewegen. Und das eine drückt, das andere zieht. Und damit bekommt man halt in beide Richtungen immer Energie übertragen auf das Rad. Und das ist wirklich faszinierend zu sehen, wie einfach und doch effizient das System ist. Und es war so effizient, dass Seco es sogar das System weggelassen hat, Automatikuhren manuell aufziehen zu können. Denn in der Regel kann man ja auch eine normale Automatikuhr immer noch selber mit der Hand aufziehen, wenn man denn möchte. Das bedeutet aber, dass man dort noch eine spezielle Kupplung eingebauen muss, dass wenn man mit der Hand aufzieht, dann halt der Rotor nicht funktioniert. Und umgekehrt, dass sich die Krone nicht bewegt, wenn der Rotor sich bewegt. Also das sind, hört sich jetzt simpel an, aber das sind extra Schritte, extra Technik, die in der Uhr drin sein muss. Seco hat das so effizient gehabt, dass ich weiß nicht, ob er das mal gehabt hat, bei diesen alten Seco 5 Uhren oder sonst irgendwelchen, mit den kleineren, mit den nicht so teuren Uhrwerken drin. Auch Orient hatte das zum Teil. Die kann man mit der Hand nicht aufziehen. Das heißt, man muss die Uhr einfach ein bisschen hin und her bewegen. Aber die fangen schon ganz, nach wirklich nur drei, vier Bewegungen mit der Hand, fängt die Uhr auch schon an zu ticken. Das heißt, es ist unfassbar effizient, wie schnell dort also auch Energie auf die Hauptfeder übertragen wird und sich das Uhrwerk dann anfängt zu bewegen. Wahnsinnig effizient und wirklich ein brillantes Beispiel für einfach tolle Ingenieurskunst in der Uhrmacherei. Also diese Bewegung ist super effizient. Und deswegen, da sprechen wir jetzt auch schon über diese zwei Systeme. Und ihr seht, ich habe das natürlich nicht sonderlich gut geskriptet, hier meine Folge. Es gibt das unidirektionale Aufzugssystem. Das heißt, es geht nur in eine Richtung. wird aufgezogen und in die andere Richtung schwingt der Rotor frei. Und dann gibt es das bidirektionale Aufzugssystem. Der magische Hebel, den wir jetzt gerade von Sekos angehört haben, der funktioniert in beide Richtungen. Und dadurch, dass er von einer Seite zieht und von der anderen her drückt, in beiden Bewegungen, bedeutet das halt, dass man, wenn sich der Rotor nach links oder nach rechts schwingt, beide Bewegungen die Feder aufziehen. Generell sagt man, dass das einseitige Aufzugssystem einfacher ist, robuster ist, eine längere Zuverlässigkeit hat und auch effizienter ist. Und das ist ein bisschen komisch. Man sollte eigentlich, sollte man denken, hm, wenn sich doch das, wenn man die, das von links nach rechts schwingen und das rechts nach links schwingen beidseitig mitnimmt und beide, die Energie von beiden Schwingungen in die Hauptfäder überträgt, muss das doch effizienter sein. Warum, wieso würde ein einseitiges, wo es in die eine Richtung schwingt und nicht, keine Energie übertragen wird, sondern nur in die andere Richtung, wieso sollte sich das effizienter, wieso sollte das effizienter sein? Und da ist der kleine, der kleine Trick dabei ist, dass es einen quasi einen toten Winkel gibt. Das heißt, während sich der Rotor von in eine, von der Rechtsbewegung in die Linksbewegung zurück bewegt, müssen die einige Hebel ein- und ausgeschaltet werden quasi. Also die werden nicht mehr aktiviert und sind aktiviert. Und da, das bedeutet, da ist zum Teil halt ein großer toter Winkel von ein paar Grad, 10, 20, 30 Grad dabei, wo halt diese, der, sich diese kleinen Rädchen, die Zahnrädchen umstellen von linksaufladen nach rechtsaufladen quasi. Und das bedeutet, das ist verstane Energie. Die wird nicht benutzt, sondern die muss, da bewegt sich der Rotor für eine, für ein Stück, wo überhaupt keine Energie übertragen wird auf die Feder. Und das ist der Grund, warum ein einseitiger Rotor, ein unidirektionaler Rotor, der auch heute noch bei vielen Uhren mit eingebaut wird, zum Beispiel in vielen Chronografenuhren mit dem Valjo 77050, alles einseitiger Aufzug, einseitiger Aufzug. Und das merkt man manchmal, wenn sich die Uhr am Handgelenk in eine Richtung sehr frei dreht, der Rotor, dann fühlt man das am Handgelenk, dann dreht es ja sich sehr schnell, weil da kein Widerstand ist. Und wenn man die Uhr halt einfach so mit dem Handgelenk irgendwie so eine komische Bewegung macht und die dann, hört ihr das vielleicht, weiß ich nicht, ob man das hören kann, mit dem Mikrofon. Das ist meine Bach-Jean Constantin Overseas, die ich heute anhabe. Und die hat das ähnlich. Ich glaube, die zieht auch nur in eine Richtung auf. Ja, die ist auch unidirektional. Unidirektional. Und daher merkt man das, da zieht sich dann halt, da kann der Rotor sich frei bewegen und das fühlt man dann, dieses Rotor-Wobble, heißt es auf Englisch, am Handgelenk manchmal mit diesen Ohren. Das heißt, es wird auch heute noch benutzt, ist sehr, sehr effizient. Das heißt, jedes Mal, wenn es in eine Richtung schwingt, keine Energie aufgenommen. Beim Zurückschwingen wird dann die Energie aufgenommen oder andersrum. Aber auch dort, der tote Winkel führt halt dazu, dass es effizienter ist. Aber auch dort hat man so viel Fortschritte gemacht in der Technik für Rotor-Systeme, dass mittlerweile man sagen kann, dass sich das fast egal ist, dass auch das bidirektionale Aufzugssystem so effizient gemacht werden kann. Der tote Winkel wurde weiter und weiter reduziert. Wie gesagt, Seiko mit dem Magic Leather hat das schon, also mit dem magischen Hebel hat das schon eine lange Zeit vorher geschafft, diesen toten Winkel so zu reduzieren, dass es extrem effizient ist mit beidseitigem Aufzug. Aber ja, so gibt es das mittlerweile auch. Dann natürlich noch haben wir den Mikrorotor. Der Mikrorotor hat einen großen Vorteil für Uhren oder für Uhrenhersteller, die eine flache Uhr einbauen wollen, weil man dort nicht einfach den Rotor auf die Brücken nochmal oben drauf setzen muss, das komplette Automatiksystem, was natürlich das Uhrwerk selber dicker macht, sondern man kann das integrieren in die Brücken selber. Das heißt, man macht das Uhrwerk nicht dicker, sondern man nimmt den Mikrorotor auf eine Seite und nimmt dann dort die Energie auf. Der Nachteil dieser Mikrorotoren ist natürlich, dass sie kleiner sind. Das heißt, die haben weniger Schwungmasse. Man kann da natürlich mit vielen schweren Metallen arbeiten, mit Gold meistens oder mit Tungsten, um das halt sehr schwer zu machen, damit man dort auch die Masse hat, um etwas aufzuziehen. Aber in der Regel sollte das ein kleinerer Rotor natürlich auch etwas weniger Energie beim Aufladen der Uhr. Aber auch dort große Fortschritte gemacht. Es gibt viele tolle Mikrorotor-Uhren, Uhrwerke. Die meisten sehr, sehr flachen Uhren benutzen das. Diese ganzen Ultra-Thin-Uhren die wir so kennen, die benutzen oftmals Mikrorotoren da drin. Oder halt manuelle Uhrwerke, um komplett diesen Rotor einzusparen, um halt dünnere Uhrwerke zu bauen zu können. Wenn man das Automatiksystem nicht braucht, spart man natürlich eine Menge Teile und damit auch eine Menge Dicke in der Regel. Ja, aber dann das Mikrorotoren-System ist auch sehr schön. Ich habe, glaube ich, nur eine Uhr mit einem Mikrorotor, das ist die Glashütte Pano Reserve, die ich habe und die hat einen Mikrorotor drin, aber der ist gar nicht so Mikro. Ich würde mal sagen, der ist schon relativ groß. Es gibt da einige andere interessante Uhrwerke. Chopin mit dem LUC, die haben einige mit dem Mikrorotor drin. Parmigiani Fleurier macht ganz tolle, ich glaube, fast alle Hersteller haben irgendwie Uhrwerke, auch mit Mikrorotoren. La Jouperie macht da ein paar tolle, es gibt da wirklich ganz tolle Uhrwerke, die den Mikrorotor einsetzen. Ich finde die sehr schön, dass man hat da sehr viel mehr, man sieht halt sehr viele andere Teile auch von dem Uhrwerk damit. Nichts ist überdeckt durch den Rotor, das heißt, das ist immer sehr nett. Natürlich kann man den Rotor auch skelettieren, dass man da durchschauen kann, das geht natürlich auch, aber es ist in der Regel was Schönes so ein Mikrorotor, das ist eine ganz andere Uhrmacherkunst finde ich noch dabei, dass man diesen Mikrorotor sieht, wenn er sich da bewegt, finde ich sehr schick. Ich glaube, Moser hat das jetzt auch in einem der neuen Uhrwerke drin, ein Mikrorotor in dem neuen Streamliner, glaube ich, haben sie eins. Tolle, tolle Uhrwerke, ich kann es nur sagen, überhaupt toll. Und das besonders tolle ist halt das Schöne an dem ganzen Automatikuhrwerken, dass wir halt uns quasi um die Uhr nicht mehr großartig zu kümmern brauchen, wie so ein kleines Tamagotchi, das wir ab und zu mal füttern müssen, sondern die Uhr müssen wir eigentlich nur tragen. Das heißt, wenn man eine kleine Uhrensammlung hat oder nur eine einzelne Uhr hat, die man ständig trägt, braucht man sich nie zu kümmern, dass die Uhr irgendwie nicht läuft. Das heißt, das ist ja auch oftmals höre ich das von Leuten, die sagen, ich habe halt gerne Uhren, mir ist es egal, was für eine Gangreserve die Uhr hat, denn ich trage die ja jeden Tag. Und das stimmt. Wenn man eine Uhr maximal 24 Stunden irgendwie auf dem Nachttisch liegen lässt, dann ist das egal. Dann sind auch 38 Stunden Gangreserve durchaus ausreichend. Wenn man die Uhr zum Beispiel nur zur Arbeit trägt, von Montag bis Freitag und dann am Wochenende ablegt, dann ist das schon schön, wenn man so eine 70-Stunden-Gangreserve hat, dass man halt, wenn man die am Freitagabend ablegt, die am Montagmorgen anziehen kann und die Uhr noch weiter tickt und sich dann durchs Tragen weiter wieder aufzieht. Ja, in der Regel dauert das schon so einen Tag oder anderthalb Tage, bis eine Uhr von ganz, ganz unaufgezogen bis voll aufgezogen mit einem normalen, nicht zu aktiven Tagesablauf sich voll aufzieht. Wobei auch da, das hängt halt davon ab, wie aktiv man ist, wie viel man sein Handgelenk bewegt und wie effizient der Aufzug ist. Also ich weiß noch mit meinen Uhren, die eine Gangreserve, eine Power Reserve Gangreserve Anzeige hatten, die Sekos, die ich hatte, mit einer Gangreserve Anzeige, die waren wirklich nach drei, vier Stunden schon voll aufgezogen an meinem Handgelenk, wo ich auch immer gedacht habe, Wahnsinn, halber Tag, bumm, voll die Uhr, also hatte mit voller Gangreserve. Dann meine ETA 2892 und Derivate von denen mit Gangreserve, das dauert schon ein bisschen länger, aber doch am Ende des Tages meistens fast voll aufgezogen. Das heißt, am zweiten Tag, natürlich über Nacht, wenn man sie nicht getragen hatte, ging es wieder ein bisschen runter, aber am zweiten Tag, Ende des zweiten Tages war die Uhr voll aufgezogen und blieb es im Großen und Ganzen dann auch. Ja, und dann hat man natürlich noch Uhren, die haben so eine lange Gangreserve, die Blancpont, die ich habe, die Barthisch-Scarf, die hatten 1315 Uhrwerk von Frederic Piguet drin, damals Frederic Piguet ist jetzt auch Blancpont und das kam 2007 auf den Markt, drei Hauptfederwerke, die in Serie geschaltet sind mit 120 Stunden Gangreserve, das ist der Wahnsinn, das ist fast, ja, das geht wirklich fast eine ganze Woche lang läuft, das läuft ein bisschen länger als die Gangreserve, die angegeben ist, das irre und die zieht sich auch sehr sehr schnell auf, die Uhr, das ist also sehr sehr schön. Ja, also wie gesagt, Automatikuhren sind der Vorteil, kein Batteriewechsel, die können perpetuell quasi laufen, deswegen heißen die ja auch bei Rolex Perpetual, weil die halt ewig laufen können, wenn man die Uhr denn trägt. da laufen die halt bis sie irgendwann kaputt sind. Also nicht ganz ewig, aber naja, so lange wie es, bis sie dann halt irgendwie einen Defekt haben. Ja, in diesem Sinne, das sind so die Automatik Aufzugssysteme. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich da noch eins verpasst habe. Hallo Editor Ralf hier und natürlich ja, ich habe da etwas, was ich noch dazwischen schieben muss. Ich habe was vergessen und zwar abgesehen von diesen zentral aufgebauten automatischen Aufzugsmechanismen, die also die Achse in der Mitte des Uhrwerks haben, gibt es noch den Peripheren Rotor. Der wird zum Beispiel besonders benutzt von Kalev Bucherer. Die haben das in sehr, sehr vielen ihrer Uhren drin, das heißt Peripheral Rotor bei denen und da ist der Rotor, der Peripheral Rotor am äußersten Rand des Uhrwerks gebaut und das ist also eine besondere Positionierung und damit hat man einen Vorteil und zwar kann man das durch den Gehäusepoten das gesamte Uhrwerk wirklich betrachten, ohne dass der Rotor die Sicht behindert und der Rotor ist dabei so konzipiert, dass er um das Uhrwerk herumschwingt quasi und damit die Bewegungsenergie dann halt des Trägers halt aufnimmt und umwandelt und da sind dann halt kleine Zahnrädchen die das dann halt aufnehmen in dem in diesem Rotor drin das hat ein paar Vorteile denn die Balance der Uhr ist besser da ist natürlich eine Unwucht muss da drin sein sonst würde sich der Rotor nicht bewegen aber dadurch dass sie halt so aufgehängt ist merkt man das weniger das heißt also es ist ein besseres Tragegefühl und relativ effizient allerdings und das ist der Nachteil weil es nicht so großartig so weit verbreitet ist quasi ist das dass er halt sehr sehr extrem präzise gefertigt werden muss um halt diese perfekte Balance daher zu stellen das heißt es ist mehr gleichmäßig in der Verteilung des Gewichts es hat eine verbesserte Ganggenauigkeit dadurch dass halt mehr Stabilität entsteht in der Uhr da ist die Uhr wird nicht so stark hin und her geschüttelt quasi mit dem Aufzug auch von dem Gewicht der sich um die Uhr bewegt allerdings ist es halt auch ein bisschen komplexer und kostenintensiver diese Rotoren einzusetzen und auch zu herzustellen also das dazu es ist ein toller Automatik Aufzugs Mechanismus das heißt also da ist da sieht man schon ein bisschen die Innovationskraft und auch ein bisschen wie sich Carle Fucherer herausstellen möchte als Marke und etwas benutzt was die anderen halt nicht benutzen finde ich sehr angenehm ist sehr schön Uhr und Liebhaber mögen sowas diese kleinen Quirks und Eigenheiten deswegen wollte ich das noch kurz da reinschieben vielen Dank und jetzt wieder zurück in die normale Episode wir hatten Peloton wir haben den Hammer und den Bumper wir haben das unidirektionale und das bidirektionale Rotorsystem den Mikrorotor ich weiß nicht ob ich eins vergessen habe wenn ich eins vergessen habe dann bitte lasst es mich wissen ja ansonsten weiß ich jetzt auch nicht mehr was ich da noch dazu sagen könnte ich glaube dann lassen wir es einfach dabei und freuen uns dann auf die nächste Woche wenn es dann eine weitere Folge von der Leuchtmasse gibt bis dahin alles Gute und wir hören uns wieder Tschüss bis Untertitelung des ZDF, 2020